Unter 21 ist Alkohol verboten. Dann will ich für mich drei Drinks. Du hast aber Geburtstag. Und ich wünsche mir, dass meine Mutter nicht peinlich ist. Ach, Gehörst du! Ma'am, da liegt Nana. Wieso hast du den Slip nicht an? Warst du mit jemandem zusammen? An wann wird die Polizei informiert? Wir sind in internationalen Gewässern. Hier gibt es keine Polizei. Haben Sie im Laufe des Abends etwas getrunken? Ja. Nein. Wir schaffen das schon. Aber ich bin Ihre Mutter. Ich will wissen, was Sie tun. Ich bin Sicherheitschef eines 90.000-Tonners, der sich auf direktem Weg in einen Tropensturm befindet. Wir wollen die Wahrheit wissen und nichts weiter. Versuch dich zu erinnern. Los, komm hier rauf und erzähl uns, was passiert ist. Los, sag mir, was du den Mädchen angetan hast. Ich wollte schreien. Er hat mir den Mund zugehalten. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wirst du es dein Leben lang bereuen. Gäste haben hier keinen Zutritt. Was haben Sie für ein Problem? Ich war nicht mit Ihrer Tochter zusammen. Jetzt geh und tu was Gutes für deine Tochter. Was ich hier tue, ist mein Versuch meiner Tochter etwas Gutes zu tun. Was ist mein Versuch meiner Tochter? 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 Vielen Dank.